Hallo und schönen guten Tag aus Dubai. Mein Name ist Valentin Altergott und ich zeige euch heute das neueste Projekt vom Bauträger Ellington Properties. Es nennt sich Kensington Waters. Die Fertigstellung ist im Quartal 1 2024 und wie ihr bereits seht, wenn wir in die Präsentation reingehen, haben wir hier einmal zwei Türmen. Einmal Tower B, der direkt am Park ist und Tower A, der dann Richtung Lagune hinaus schaut, wobei es da noch ein Zwischengebäude gibt. Wir sehen hier nochmal das Clubhaus an sich. Der Bauträger Ellington ist dafür bekannt, dass er Gemeinschaften schafft, anstelle von einfach nur Bricks und Mortals, also Stein und Mörtel zu verkaufen. Hier geht es vielmehr darum, dass die Gemeinschaft zusammenlebt, wovon natürlich auch wieder die Investoren profitieren. Das heißt also, wir haben einen relativ geringen Mieterwechsel, sehr, sehr hohe Renditen und die erzielt Ellington vor allen Dingen dadurch, dass wir halt Design, Kunst, aber auch diese Luxusnische immer wieder bedienen. Und wenn sich was verkaufen lässt in Dubai und immer die Nachfrage besteht, dann ist es natürlich Luxus. Hier sieht man natürlich auch wieder vollverglaste Wände. Da schauen wir uns auch nachher nochmal die Apartments von innen an, so wie sich das nachher gestalten wird. Wir haben hier in der Mitte nochmal ein Clubhaus mit einem Rondell zum Be- und Entladen, gerade auch für die Mieter oder für die Eigennutzer sehr interessant. Hier ist dann der andere Turm auch wieder vollverglast an den Stirnseiten. Was ganz interessant ist, ich habe es ja bereits angesprochen, da geht es ja nicht nur darum, wie gesagt, einfach nur ein Gebäude hinzustellen und zu verkaufen, sondern man braucht natürlich auch alles für den täglichen Bedarf. Ellington ist sich dessen bewusst, deswegen gibt es hier im unteren Bereich natürlich Shops, Cafés, Pharmacy, also Apotheke und weitere Shops. Das heißt, alles, was ich für den täglichen Bedarf brauche, habe ich unten direkt bei mir am Eingang quasi, direkt nebendran. Und das ist natürlich absolut hervorragend. Jede der Einheiten hat natürlich auch einen Balkon. Hier in Dubai ist es natürlich sehr willkommen, gerade auch aufgrund des guten Wetters. Wir schauen uns einmal ganz kurz den Querschnitt an. Dabei ist dabei zu achten, dass wir in beiden Bereichen, das sieht man bei der Nummer 2, hier und dort eine Lobby haben. Das heißt, jeder einzelne Turm hat seine eigene Lobby. Die Lobbybereiche an sich sind nicht klassische Lobbybereiche, durch die man einfach durchgeht, wo auf der linken oder rechten Seite einfach nur eine schwarze Couch steht, die keiner nutzt, sondern bei Erlinken ist das Ziel, möglichst viel aus dem Projekt zu machen. Das heißt also, das sind wirklich Bereiche, wo Leute auch hinkommen zum Arbeiten, nach der Arbeit sich treffen und so weiter und so fort. Das sehen wir natürlich auch noch weiterhin in den Bildern. Ganz interessant ist, wir haben hier unten nochmal Gästparking, also Parkplätze für die Gäste. Im Erdgeschoss an sich haben wir mehrere Parkplätze. Das sieht man dann hier in diesem Bereich. Und natürlich, wenn wir hier bei der Nummer 5 schauen, dann geht es natürlich einmal ins Underground Parking, also in den Kellerparkplatz oder in die Kellerstellplätze an sich. Das Rondell habe ich bereits hier angesprochen, das ist hier. Das heißt, man fährt dann ganz gemütlich hier ein, kann dann hier be- und entladen ohne Probleme und dann wieder ausfahren. Das minimiert natürlich dann auch wieder den Verkehr. Wir haben bei Punkt 8, was man hier und dort sehen kann, haben wir zwei Move-in-Truck-Areas. Was heißt das? Move-in-Truck-Areas sind eigentlich nur Bereiche für LKWs, die für den Umzug oder den Umzug beim Umzug behilflich sind. Dafür sind die gedacht. Das heißt also, wenn wir jetzt mehrere hundert Wohneinheiten in diesem Komplex haben, ziehen die Leute nicht darüber ein und werden dann ihre Möbel über die Lobby zur Wohnung transportieren, sondern wir haben separate Eingänge dafür. Das erhält natürlich wieder die Lobby. Und vor allen Dingen auch den täglichen Ablauf stört es natürlich nicht, wenn da tagsüber oder nachts auch die Möbel ein- oder ausgeräumt werden, je nachdem, wer ein- oder auszieht. Ganz interessant ist dabei natürlich zu sehen, auf beiden Seiten gibt es halt diesen LKW-Stellplatz dafür und direkt den Service-Elevator, also den Aufzug für das Personal, was dann den Umzug tätigt. Wir haben dann zusätzlich nochmal zwei Personenaufzüge. Also in jedem Turm gibt es drei Aufzüge insgesamt, eine Service- und zwei Personenaufzüge. Und so stellt sich das Ganze dann dar. Gehen wir einfach mal gerne, jetzt gehen wir vom Erdgeschoss ins Podium. Ganz interessant, Kensington Waters ist natürlich, da geht es natürlich um das Thema Wasser. Und das nennt sich dann auch nicht nur so, sondern wir haben hier tatsächlich zum Beispiel ein halbolympisches Schwimmbecken, 25 mal 5 Meter und direkt im Anschluss ein 7 mal 20 Meter großes Schwimmbecken. Also wirklich eine massive große Fläche, in der man wirklich entspannen kann. Vorne dran im ersten Bereich, da ist Ellington auch besonders stolz drauf, da gibt es ein Kids-Splash-Park. Das ist ein Kinderpark mit vielen Wasseranlagen, wo die Kinder sich austoben können. Und das Besondere ist, wenn wir gleich nochmal in den erhöhten Teil gehen, also ins Clubhouse an sich selber, da gibt es nämlich ein Clubhouse zwischen beiden Türmen, da ist es so, dass Sie die Sicht von da aus überall hin haben. Das heißt, egal wo Ihre Kinder sind oder egal wo Ihre Freundin Freund ist, Sie haben immer einen kompletten Überblick über die Anlage an sich von jedem Ort. 13 und 12 sind dann jeweils die separaten Eingänge. Wie gesagt, wir haben hier ordentlich Begrünung an den Seiten, Sonnenliegen, so weit das Auge reicht. Und von da aus geht es dann direkt ins Clubhouse selber. Was ganz interessant ist, hinter dem Clubhouse befinden sich nochmal zwei einzelne Bereiche. Und zwar ist es ein Outdoor- und Indoor-Kids-Play-Area, also ein Außen- und Innenspielplatz oder Spielbereich für Kinder. Da ist es natürlich Ellington, dem Bauträger oder nebenführenden Bauträger hier in Dubai sehr wichtig, dass man vor allen Dingen auch vernünftige Materialien verwendet. Wir sprechen dann natürlich auch an diesem Montessori-angehauchten Style, natürliche Hölzer, natürliche Farben, dass da kein günstiger Kunststoff verwenden würde oder ähnliches, weil die Kinder damit ja auch in Berührung kommen. Das wird dann dadurch auch vermieden. Also Innen- und Außenbereich haben wir dann. Ganz schön, bei 1, direkt am Pool entlang, im ersten Stock quasi darüber, haben wir die Barbecue-Area. Also den Grillbereich an sich, wo die Leute dann nach der Arbeit zusammenkommen. Wie gesagt, es geht hier natürlich um die Gemeinschaft. Es geht hier darum, möglichst den Mieterwechsel runterzuhalten. Und das schafft man natürlich auch, indem man halt auch Facilities, also Anlagen dafür vorhanden hat. Hier haben wir nochmal das Clubhouse an sich. Auf der linken Seite gibt es eine Stage, also eine Bühne. Da kommen dann Bands rein, die können dann dort auch Musik spielen. Gastauftritte auf der rechten Seite oder jetzt in dem Bild hier im unteren Bereich zu sehen, ist eine voll funktionsfähige Küche. Und in dem mittleren Bereich, da gibt es Tischtennisplatte, Sitzmöglichkeiten, wo man halt einfach zusammenkommt mit Schiebüter. Wir schauen uns die Bilder nachher gerne nochmal zusammen an und das zeige ich Ihnen auch gerne nochmal von innen. Kensington Waters, wie gesagt, das Konzept ist Wasser. Das sieht man an der Rezeption natürlich. Wir haben ja zwei Lobbys, zwei Rezeptionen, 24 Stunden Concierge. Und hier vorne sieht man natürlich die Dame, die empfängt den netten Herren jetzt hier vorne. Von dem Farbspiel her, das sind alles Designermöbel. Das blendet natürlich ein in das Konzept. Wir haben das Wasser, wir haben den natürlichen Strand, die Hölzer, extra hohe Decken. Floor-to-Tile-Windows, also Fußboden. Von Fußboden bis Decke hoch ist alles verglast. Gerade im Eingangsbereich sehr wichtig, damit dann die helle Farbe zusammen hat. Wie Sie sehen, sehr einladend. Da geht es halt wirklich um das Konzept, dass sich Leute dort auch treffen. Das ist der Blick aufs Clubhaus. Da haben wir auf der linken Seite einmal die Bühne. Da sieht man schon die Plakate. Hier wird schon Tischtennis gespielt. In dem Bereich haben wir Sitzmöglichkeiten, aber auch direkt dahinter die Barbecue-Area beziehungsweise den Grillplatz an sich mit den Lounges und den einzelnen Schirmen. Da kommen dann die Leute immer gerne zusammen nach der Arbeit. Auf der rechten Seite haben wir dann tatsächlich die Küche, die voll funktionsfähig ist. Und wenn Sie hier oben einfach mal schauen, links und rechts oben, dann sieht man Schiebetüren. Die Schiebetüren kann man zuziehen und das Gute daran ist, dass man diesen einzelnen Platz auch mieten kann. Das heißt, wenn Sie einen Kindergeburtstag haben oder wenn irgendwelche Familienfeiern anstehen etc. pp., dann kann man diesen Bereich auch selber für sich mieten. Man bekommt dann eine separate Chipkarte dazu und dann hat man auch eine Gästeliste. Und das ist natürlich immer wieder sehr vorteilhaft. Hier beim Fitnessstudio sieht man natürlich auch wieder, es gibt keine Checkliste bei Erlenken wie bei anderen Bauträgern, sondern hier geht es einfach darum, Qualität abzuliefern. Man sagt nicht einfach nur, wir haben einen Pool, wir haben ein Fitnessstudio, wir haben eine Lobby und das war's. Sondern hier geht es wieder darum, extravagant wieder die extra Malle zu laufen. Im wahrsten Sinne des Wortes, da hat man was für das Beintraining. Es ist Techno Gym Equipment, das neueste in Garantie, 270 Grad Panorama Gym, Panorama Fitnessstudio. Das ist direkt am Pool und man hat den freien Ausblick nach draußen. Und hier im Hintergrund sieht man auch schon, ich hoffe, Sie können das gut erkennen, ansonsten sehen wir das in den nächsten Bildern, sieht man schon den Aqua Splash Park, also den Kids Park in dem Sinne. Hier nochmal der Querschnitt, was ganz Interessantes ist, wir haben uns vorher über das Fitnessstudio unterhalten, wie gesagt, hier die Handelgewichte, Techno Gym Equipment, linke und rechte Seite, voll funktionsfähig. Die Umkleidekabinen befinden sich im rechten Raum an sich und da befindet sich auch noch für Sie und für ihn Sauna und Dampfbad. Also ich habe eine Umkleidekabine, Sauna, Dampfbad, einen Pool, oben einen großen Grillbereich, das Clubhouse an sich, wo sich die Leute treffen, halb olympisches Schwimmbecken in diesem Bereich, 7x20 Meter, absolut gigantisch von der Größe her für die Poolanlage an sich. Und dann im linken Bereich würden wir dann quasi den Aqua Splash Park sehen, den sehen wir dann im nächsten Bild gleich. Das ist die Frontansicht, wie gesagt, hier nochmal angesprochen, 270 Grad Panorama, Glas, Gym, absolut fantastischer Blick von hier oben aus über die Poollandschaft an sich. Hier sieht man auch natürlich die Sonnenliegen im Wasser und aber auch außerhalb, also die Lounge Chairs. Und hier unten haben wir dann quasi im Endeffekt den Aqua Splash Park an sich für die Kinder. Dann nochmal zur Orientierung, Aqua Splash Park, da spielen dann die Kinder im Wasser oder am Wasser, links und rechts Sonnenliegen, direkt dahinter die große Poolanlage, dahinter das Fitnessstudio und oberhalb das Clubhouse an sich. Links und rechts zahlreiche Sitzmöglichkeiten, absolut fantastisch aufgebaut, kann man wirklich nichts mit falsch machen mit der Investition. Meiner Meinung nach, also wenn Sie mich persönlich fragen, eines der besten Projekte, die hier jetzt in den nächsten Jahren gebaut werden, weil es einfach auch die Größe hergibt und es ist mehr oder weniger, wohnen wie in einem Hotel. Wenn ich schon in Dubai investiere, warum soll ich denn nicht was Vernünftiges haben? Genau. Das ist dann der Blick bei Nacht. In Medan selber, das ist ja da, wo das Projekt gebaut wird, da sind wir jetzt gerade an der Foundation, also an dem Fundament, da gibt es einen Bike Track, also eine Fahrradstrecke, die ist mehrere Kilometer lang und da haben wir natürlich, oder da hat Ellington natürlich nochmal dieses Fahrradstudio mit eingebaut, da geht es einfach nur darum, wieder diesen Wert zu schätzen. Wir haben Kunden, die dann die Immobilie kaufen und die wollen natürlich auch einen Service dafür haben oder die wollen, dass man dann auch wieder mitdenkt. Und hier kann man dann ganz normal die Reifen wechseln, wenn man einen Platten hat, abstellen oder ähnliche Reparatur machen muss, dass man wirklich einen Platz dafür hat. Auf der linken Seite sieht man E-Parking, natürlich haben auch viele unserer Kunden teilweise einen Tesla und da ist die Nachfrage natürlich gestiegen nach den Ladegeräten an sich. Hier ist nochmal der Querschnitt komplett, wie gesagt, unten und im Erdgeschoss sind die Parkplätze, hier hinten im hinteren Bereich sieht man dann die Montessori angehauchten Kids Play Areas, also Innen- und Außenspielbereiche, Fitnessstudio, Clubhouse an sich, das ist jetzt die seitliche Ansicht, der Querschnitt quasi. Jetzt schauen wir uns einfach mal das Ganze vom Innenleben an, wie sieht denn das Interieur aus. Ich muss natürlich direkt von vornherein sagen, das hier ist ein Musterbeispiel, wie es aussehen kann, was die Möbel betrifft. Alle Apartments sind semi-furnished, das heißt teilmöbliert. Darunter fällt zum Beispiel die Küche, so wie Sie sie sehen, wird sie auch vorhanden sein. Hier gibt es zum Beispiel eine Quarzoberfläche, es wird bei Ellington kein Marmor verwendet, weil der die Farbe wechselt oder ändert und es ist natürlich auch langlebiger. Aber im Marmor-Style. Wir haben hier dann natürlich Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, die Spüle ist natürlich mit Extraräumen eingebaut, also alles ist vorhanden. Also so wie Sie die Küche in dem rechten Teil sehen, von dir aus gesehen, da ist es natürlich einfach so, dass sie so vorhanden ist, wie man sie sieht. Im linken Bereich, bodentiefe Fenster, absolut fantastisch. Extra hohe Decken, auch größer oder höher als der Durchschnitt in Dubai. Generell, Ellington geht immer die extra Meile und das sieht man hier halt auch. Vom Licht her, von der Aufteilung her. Was ganz besonders ist, am Anfang habe ich es ja schon mal angedeutet, an den Eckeinheiten gibt es Vollverglasung. Das heißt, alles das, was Sie hier sehen, sind vollverglaste Wände. Hier machen wir mal mit dem Zugang, mit einer Schiebetür zum Balkon nach draußen hin. Das heißt, mehr Tageslicht geht nicht. Also absolut fantastisch. Meiner Meinung nach auch vom Layout. Für mich persönlich finde ich das sehr interessant, wenn man hier auch einfach mal schaut. Man hat hier eine gemütliche Kochinsel, den Blick ins Freie. Alles ist bereits eingebaut, alles ist vorhanden. Das Einzige, was man halt selber mitbringen muss, sind im Endeffekt Couch und Teppich und Fernseher. Heimmöbliert heißt natürlich aber auch, die Badezimmer sind komplett hergerichtet, aber auch die Kleiderschränke an sich. Mitspiegel, das ist natürlich auch schon so gedacht. Also im Endeffekt, wenn man spartanisch sehen müsste oder würde, würde man einfach nur ein Bett kaufen, das reinstellen und dann könnte man dort wohnen. Spartanisch gesehen. Der Rest ist vorhanden. Also hier schauen wir nochmal mit einem kurzen Blick vom Schlafzimmer aus ins Badezimmer. Wie gesagt, das Badezimmer ist natürlich auch komplett so vorhanden. Begehbare Dusche. Vom Design her passt das natürlich auch wieder zu Kensington Waters. Sehr warme Farben, wie der Sandstrand an sich. Extra großer Spiegelschrank mit Abstellflächen. Links und rechts und aber auch unterhalb. Die sind natürlich alle Soft-Close. Das ist auch eine Garantie. Und da steht auch Erlington. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also wenn Sie jetzt Interesse haben, zum Beispiel an einem der Apartments, Sie sehen es schon an der 3D-Simulation hier hinter mir, dann treten Sie gerne mit mir in Kontakt. Ich helfe Ihnen natürlich gerne mit möglichst viel Transparenz, einfach nur die richtige Einheit für Sie zu finden oder die richtige Wohnung für Sie zu finden. Ob Sie jetzt Investor sind oder Endnutzer oder beides. Vielleicht möchten Sie auch einfach nur mal ein paar Mal im Jahr in Dubai vorbeikommen und sind sich sicher, ich hätte gerne schon eine Wohnung in Kensington Waters und den Rest vermieten Sie. Alles geht. Ich helfe Ihnen da gerne. Ich berate Sie da auch gerne. Das ist gar kein Problem. Hier sieht man nochmal den Park. Das ist der Schober Hartlands Green Park. Oder der Hartlands Green Park. Da haben wir Tower A, Turm A und Turm B. Was ganz interessant ist, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der sagt, okay, Herr Altegott oder Valentin, suchen wir mal bitte eine Wohnung raus. Ich hätte schon gerne eine 2-Zimmer-Wohnung im 5. Stock. 5. Stock, warum? Er will kurz über die Bäume schauen, wenn es in den Park geht, aber er möchte nicht, dass jemand direkt reinschaut. Jetzt haben wir hier zum Beispiel grün sind die One-Bedroom-Wohnungen. One-Bedroom sind immer 2-Zimmer-Wohnungen. Hier in Dubai werden nämlich die Schlafzimmer gezählt, nicht die Zimmer an sich. In Deutschland haben wir eine 2-Zimmer-Wohnung, die hat 2 Zimmer. In Dubai wäre es eine One-Bedroom-Einschlafzimmer-Wohnung, weil der Wohn- und Küchbereich, der wird nicht mitgezählt. Also eine 2-Zimmer-Wohnung, die ist jetzt hier in gelb dargestellt. Da haben wir 3, die zum Pool schauen und eine, die zum Park schaut. Oder eine Two-Bedroom, also eine 3-Zimmer-Wohnung. Da hätten wir zum Beispiel 2 Einheiten, die dann jeweils zum Park schauen. Und eine Three-Bedroom, also eine 4-Zimmer-Wohnung in diesem Sinne, das sind die, die voll verglast sind. Wir schauen uns das gerne mal an, ich zeige Ihnen das auch nochmal. Aber wie gesagt, wir würden dann auch, wenn Sie dann die passende Einheit gefunden haben oder wir was Passendes für Sie gefunden haben, gehen wir dann nochmal ins Detail. Von der Aufteilung an sich her. Das ist jetzt natürlich eine 3-Zimmer-Wohnung an sich. Da sieht man natürlich hier zum Beispiel, das ist die vollverglaste Wand, die Sie vorher gesehen haben. Und die haben Sie natürlich auf allen Bereichen in dem Sinne. Was ganz interessant ist, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, eine 2-Zimmer-Wohnung zum Beispiel, absolut leicht zu vermieten, ist groß genug, 827 Square Feet, in der Regel zwischen 70 und 75 Quadratmeter. Für eine 2-Zimmer-Wohnung ist das eine ordentliche Größe. Was ganz interessant ist, offene Küche mit Wohnbereich wird verbunden über dem Balkon zum Schlafzimmer. Also Ellington Properties schafft es halt auch wirklich, ein offenes Konzept darzustellen oder herzustellen, dadurch, dass wir halt vom Schlafzimmer in dem Wohnbereich über dem Balkon das offene Konzept haben an sich. Also natürlich ist Tageslicht, kommt von beiden Seiten in beide Räume hinein. Was ganz interessant ist, man sieht es schon hier unten, hier ist das Badezimmer mit Dusche. Und direkt neben dem Eingang ist das Gäste-WC, das kennen wir von Deutschland auch. Aber neben dem Gäste-WC ist nochmal ein separater Laundry Room, ein Waschraum an sich. Wir haben eine offene Küche mit der Kochinsel, die wir vorher in den Bildern gesehen haben, und mit einem offenen Konzept über dem Balkon ins Schlafzimmer. Hier sind dann jeweils die Einbauschränke, die sind auch vorhanden, die haben wir ja gesehen, da war der Spiegel auf dieser Frontseite. Und was ganz interessant ist, es geht ja natürlich nicht nur beim Design um das gute Aussehen, sondern auch um die Funktionalität. Wenn Sie zum Beispiel diese Tür hier schließen, die Sie hier sehen, dann werden die Gäste, die bei Ihnen da sind, nicht in Ihre privaten Bereiche rein müssen, dort aus WC oder was auch immer, sondern man kann dann direkt aus dem Wohn- und Essbereich ins Gäste-WC und keiner hat dann Einblick in Ihre Privatsgemächer. Das ist dann einfach nur mal vom Layout her. Wie gesagt, ich unterstütze Sie da recht herzlich gerne, wenn Sie da weiterhin Interesse haben. Wir können auch gerne nochmal zurückgehen, wenn Sie dann zum Beispiel sagen, eigentlich gefällt mir was mit Poolblick, vielleicht haben wir da was, dann gehen wir mal in den ersten Turm. Wir haben natürlich von beiden Seiten noch was da. und wenn ihr dann sagt, okay gut, vielleicht ist das eher was für mich, dann haben wir hier nochmal was mit einem Poolblick oder auch an diesen Eckeinheiten. Das sind dann die mit dieser Vollverglasung, die wir gesehen haben. Wir gehen dann auch immer in die einzelne Einheit rein. Wir besprechen dann auch nochmal genau, was ist der Innenbereich, was ist der Außenbereich, wie groß ist der Balkon, das heißt, wie groß ist die reine Wohnfläche. Wir können dann auch gerne nochmal, und ich glaube, da kommt auch nochmal noch ein separates Video in den nächsten Tagen dazu, für die Renditeberechnung. Wie berechne ich meine Rendite, was muss ich eigentlich zahlen, was für die Kosten kommen auf mich zu, was bekomme ich für mein Geld. Da will ich jetzt nicht zu sehr in die Materie gehen. Sie sehen schon, oder ihr seht schon, ist der gleiche Schnitt, so gut wie der gleiche Schnitt. Bei dem anderen hatten wir 827, jetzt haben wir 834 Square Feet. Wir rechnen hier in Dubai in Square Feet, nicht in Square Meter. Und dann gehen wir natürlich da nochmal ins Detail ein, damit ihr da genau wisst, was bekomme ich eigentlich für mein Geld und wie ist das Layout an sich oder wie sieht das Ganze aus. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, wenn ein besonderes Interesse an Immobilien generell in Dubai besteht, ihr könnt gerne jederzeit mit mir in Kontakt treten. Ich helfe euch wirklich gerne, soweit ich kann. Bin auch hier dadurch, dass ich beim Bauträger bin, relativ gut vernetzt, auch mit anderen Maklern. Tretet ruhig an mich heran, ich gebe euch meine Kontaktdaten und dann freue ich mich auf das persönliche Kennenlernen. Viele liebe Grüße aus Dubai. Vielen Dank. Vielen Dank.